Gleich weiter damit zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen Christoph, also wir haben es gehört, Russland intensiviert wieder seine Bombardements. Und was gibt es da für Stellungnahmen aus Russland tatsächlich neben dem Donbass, der Süden jetzt wieder im Fokus von Putins Truppen? Ja, der Süden ist im Fokus absolut und vielleicht auch gar nicht so, weil Wladimir Putin das im Augenblick unbedingt so wollte, sondern weil die Ukrainer eben eine Gegenoffensive vorbereiten und die Russen gezwungen sind, ihre Truppen im Süden zu verstärken. Explizit im Oblast Kherson. Und da sieht es momentan so aus, dass sich diese beiden gegenüberstehenden Parteien wohl noch abtasten. Die Ukrainer beschießen russische Kommandoposten, dann Waffen- und Munitionslager, Infrastruktur wie Brücken. Auch die Russen feuern auf Punkte, an denen sich die ukrainischen Truppen sammeln mit ihrer Artillerie. Also das ist momentan noch ungefähr so in dieser Dimension zu sehen. Und es gibt noch keine wirklich nennenswerten, substanziellen Vorstöße der Ukrainer. Es wird hier auch immer wieder gemunkelt, dass die Ukraine noch nicht genug Kraft besitzt, um diese groß angelegte Gegenoffensive wirklich mit Nachdruck zu verfolgen. Es gibt ja diese Faustregel 3 zu 1. Das heißt, der Angreifer braucht dreimal so viel Kräfte wie der Verteidiger. Und da scheint es bei den Ukrainern noch zu hapern. Das heißt, die Ukraine noch nicht genug, dass die Ukraine noch nicht genug ist. Das heißt, die Ukraine noch nicht genug, dass die Ukraine noch nicht genug ist. Das heißt, die Ukraine noch nicht genug, dass 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 die